Viel Spaß bei der Vorgeschichte zu dem ganzen Ding, weil ich habe schon wieder einmal eine gute Idee gehabt. Lasst euch überraschen. Schau, was ich organisiert habe. Sind doch eh nicht super. Sag einmal, geht doch nicht gut, oder was? Nein, wieso? Machst du mir mit dem Graffel? Ja, das kann man immer brauchen. Nein, das kann man nicht mehr brauchen. Ich weiß ja nicht. Wir brauchen den Fassel da, wir brauchen den Dammel da nicht. Okay. Ich habe mich so bemüht, dass ich das organisiere. Es ist jetzt daneben gegangen. Ich habe eine Planeränderung. Ich muss da jetzt zusammenräumen und das ursprünglich geplante Video wird sich ein bisschen nach hinten verschieben. Ihr werdet es dann schon sehen. Ja, ich mache es eh schon. Nachdem jetzt ein bisschen dicke Luft herrscht daheim, wäre ich die Supergeidln Regenfassl... Atommüll hat sie gesagt, ich glaub's nicht. Auf alle Fälle, ich werde jetzt die Supergeidln Regenfassl wegräumen. Und zwar hinter das Haus, weil du siehst es nicht. Sie ist nämlich vorne, ein bisschen Herbstzahn. Jetzt schneidet es wieder. Die Regenfassl sind wirklich super. Das sind 1000 Liter, das passt genau. Der macht mich wahnsinnig. Das brechen wir auf ich heute, weil das geht nicht los. Ich glaube, ich habe jetzt drei Monate Strafdienst daheim. Ich habe jetzt mal eine kleine Strafdienst. Ich habe jetzt mal eine gute Idee. Das Sonrakt mich, Herr Pothen, und das kommt doch noch mal.